In diesem Video geht es um die besten Android-Tablet. Der Qualitätssieger in unserem Android-Tablet-Test geht an das Samsung Galaxy Tab S6. Mit dem S-Pen haben Sie ein vielfältiges Schreibtool direkt zur Hand. Dank seines angenehmen Hals, den geringen Latenzzeiten sowie den empfindlichen Druckstufen eignet er sich bestens zum Schreiben und Zeichnen und dazu kann er ganz einfach im Tablet abgelegt werden, damit er nicht verloren geht. Bleiben Sie bei Vorträgen am Ball, mit dem S-Pen. Machen Sie sich Notizen und heben Sie sie farblich hervor und behalten Sie den Überblick durch Speichern mit durchsuchbaren Tags. Sollten Ihre Augen ermüden, wenn Sie längere Zeit auf das Display schauen, empfehlen wir, den Dark Mode einzuschalten, um Helligkeit und Farbeinstellungen anzupassen. Entdecken Sie, wie Sie mit den Galaxy Buds tief in den Sound eintauchen können. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Lenovo Tab P11, auf die Plätze, Streaming, los. Auf dem Tab P11 steht Ihr Fernseherlebnis im Mittelpunkt mit der fantastischen 2K-Auflösung auf dem 11-Zoll-Display, das für Netflix-Streaming in HD zertifiziert ist. Genießen Sie Ihre liebsten Songs, Geschichten und Shows auf dem Lenovo Tab P11 mit Dolby Atmos und vierfach Lautsprechern. Mit Dolby Atmos finden Sie sich plötzlich mitten in einer Szene oder einem Konzertsaal wieder. Nahtloses Multitasking ohne Verzögerungen mit dem Qualcomm Snapdragon Octa-Core Prozessor mit einer Hauptfrequenz von bis zu 2,3 GHz und bis zu 6 GB RAM. Die mobile Plattform Qualcomm Snapdragon Octa-Core bietet optimierte Grafik, hervorragende Videoqualität und reibungsloses Multitasking. Sie erhalten Amazon Music Unlimited drei Monate lang, streamen Sie mehr als 70 Millionen Songs werbefrei und überspringen Sie dabei so viele Songs, wie Sie möchten. Mit der smarten Frontkamera können Sie sich per Gesichtserkennung anmelden und bei Videoanrufen Ihren Hintergrund über die Systemebene unscharf stellen. Das Tablet bietet auch eine 8-Megapixel-Kamera mit hoher Auflösung für glasklare Videoanrufe mit Verwandten, Freunden und Kollegen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Android-Tablet-Test ist das Lenovo Tab M10. Wenn Sie nach einem kostengünstigen Tablet suchen, das die ganze Familie glücklich macht, dann ist das Lenovo Tab M10 HD genau das Richtige für Sie. Dank des HD-Displays und mit den Stereo-Lautsprechern mit Dolby Atmos Sound ist es perfekt für Fotos, Videos, Musik und Filme geeignet. Eine großartige Bilddarstellung spielt bei digitalem Entertainment und beim Surfen eine wichtige Rolle. Das 10,1 Zoll Display des Tab M10 setzt alle Bilder perfekt in Szene. Digitales Entertainment macht erst so richtig Spaß, wenn auch der Sound stimmt. Sei es das sanfte Rascheln der Blätter im Wald bei einer romantischen Liebesszene oder das Donnern der Artillerieschläge im Aktionkracher. Das Tab M10 ist nur 8,4 mm dünn und wiegt nur 480 Gramm, das ist weniger als ein Buch. Beim Tab M10 hat jeder in der Familie sein eigenes persönliches Konto mit allen seinen eigenen persönlichen Einstellungen, Bildschirmhintergründen und Konten in sozialen Medien. Entsperren Sie Ihr Gerät in Sekundenschnelle. Dank der sicheren Gesichtserkennungstechnologie erkennt das Lenovo Tab M10 Ihr Gesicht sofort und meldet sie an. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.